Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von PES 2015. Werde zur Legende. Wir haben heute ein Spiel erstmal auf der Bank. Bin gespannt, wie wir hier heute uns schlagen können. Und ja, mal gucken. Fangen wir uns erstmal hier an. Erstmal hier auf der Bank verweilen. Das Spiel ist gegen Sunderland auswärts. Und ja, mit ein bisschen Glück können wir heute hier wieder mal Punkte holen. Letztes Spiel. Es war so unglaublich. Die ganze Zeit probiert man da, ja. Das Team passend zu animieren. Hier Ball spielen und so weiter. Und ich schicke Benteke und so weiter. Und da klappt gar nichts. Und dann, kaum ist man draußen, schießen sie zwei Tore. Ui, 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 ui. Okay. Das war schon knapp. Es gibt hier die Ecke. Schön. Alles klar. Mhm. Gut. So, Benteke. Spielt natürlich immer irgendwo, wo er meint, dass er da gut stehen muss. Für alle, die es nicht wissen, wir sind die Weißen. Die Rot-Weißen ist unser Gegner. Musste mich auch gerade erst nochmal orientieren. Man kann sich's auch einfach so angucken. Das find ich auch witzig. Aber nein, das muss nicht sein. Spiel zurück. Ein bisschen schneller. Mal gucken. Ja. Da kommen sie jetzt. Thunderland. Flanke. Kann nicht mehr kommen, weil der Ball viel zu schnell nach außen geht. Wieder einmal der Ball zurück. Da wäre fast Platz gewesen. Okay. Gibt dort Abstoß, wenn ich das jetzt richtig sehe. Sehr schön. 16 Minuten gespielt. Ich hoffe, wir kommen heute rechtzeitig rein. Wir können noch irgendwas ausrichten. Ich möchte so oft Tore schießen. Tore, 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 Tore. Und was ich dann noch gerne machen möchte, ist dann demnächst Stürmerposition lernen. Und Benteke macht's. Benteke macht's. Hashtag Benteke macht's. Oder Benteke klärt. Oder irgendwie sowas. Könnt ihr gerne in die Kommentare oder auf Twitter schreiben. Benteke macht's. Hashtag Benteke macht's. Der ist so ein Biest, ey. Der macht das hier alles. Der macht das alles. Und ich stehe da. Angriff. Ja. Na gut. Ja, sehr schön. Gut, dass wir jetzt hier 1-0 führen. Auf Abongnauer. Locker in die Mitte gespielt. Und Benteke macht's wieder. 2-0. Ja, wunderbar. Wunder, wunderbar. Ich weiß nicht, ob das diese Saison auch noch immer so ist. Die eigene Mannschaft spielt immer nur auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Und dann dieser Anschluss. Also, immer auf Profi. Und wenn man halt auf einen höheren Schwierigkeitsgrad stellt, dann bleibt die eigene Mannschaft so. Auf Profi. Und der Gegner wird halt nur schwieriger. So war das zumindest eine ganze Zeit lang. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Wow. Okay, es gibt hier die Ecke. Schöner Freistoß. Und auch das, äh, Abstauben war gar nicht schlecht. Ah, also die hauen hier ein Ding nach Mannen, wenn ich nicht da bin. Das ist so krass. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr mitzumachen. Das hat gar keinen Sinn. Finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr witzig. 34 Minuten gespielt. 2 zu 0. Wenn Theke macht. Ja. Ja, sehr schön. Verliert er da leider die Pille, weil er sich nicht entscheiden kann. Weiter Ball nach vorne. Ball im Aus. So. Richardson. Westwood. Abonglau. Sehr schön. Weiter Ball. Benteke tankt sich durch. Benteke. Benteke. Abgelegt. 3 zu 0. Ich brauche gar nicht mehr ins Spiel kommen. Joe Cole. Mein Mann. Den ich also ersetzen werde vermutlich. Krass. Richtig, richtig krass. Und ohne mich. Einfach alles ohne mich. Wir spielen heute hier. Mit einem 4-3-3, ne? Wie das aussieht. 3 Defensive. Mittelfeldspieler. Mittelfeld. Ja, genau. Mittelstürmer. Links außen. Rechts außen. Und dann 4 Verteidiger. Interessant. Nächster. Angriff. Benteke. Benteke verliert die Pille. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Ich glaube, ich komme gar nicht mehr heute. Oder er ist sehr, sehr, sehr spät. Krass, der ist shit. Da wird ja jetzt nicht gerechnet. Wie da unsere Mannschaft abgeht, ey. Wie sie da einfach abgeht. Und wir sind nicht dabei. Mal gucken. Wann wir reinkommen. 60. Minute oder so. Wir sind heute aber leider schlecht drauf. Bisschen blauer Pfeil nach unten. Was ich mal jetzt weniger machen möchte. Den Ball anfordern. Ich werde mehr die Leute spielen lassen. Und mich versuchen an die richtige Position zu laufen. Hinzuspielen. Und dann nur in den nötigsten Situationen den Ball anfordern. Wenn ich gerade so durchkomme oder was auch immer. Okay, jetzt langsam wird es Zeit mit der Auswechslung. Um 50, 56 Minuten gespielt. Müsste ich aber auch bald kommen. Jetzt muss die Auswechslung schon mal feststehen. Sonst passiert da noch lange nichts. Ball geklaut. Geht jetzt wieder zurück in die andere Richtung. Nach vorne könnte man spielen. Zeigen es die ganze Zeit an. Ah, aber passwillig sind unsere Jungs nicht. Das war ein Fehler. So, jetzt wird es langsam echt sehr kritisch. Ich glaube, ich kriege kaum noch Spielzeit ab. Ja. Paul, okay. Sehr gut. Ja, meinetwegen. Und dann bin ich nicht. Bin ich nicht. Schön. Jetzt vielleicht? Nö. Also ich brauche gar nicht kommen. 4 zu 0. Sehr schön. BD gemacht, ey. Der macht es richtig. Spielt eigentlich nur eine Mannschaft. Jetzt stellt sich nur noch die Frage. Okay. So macht das Spaß. Das kann man sich angucken. Ja, das kann man sich gerne angucken. Damit zu tun habe ich natürlich nichts. Jetzt möchte ich auch gerne mal eingewechselt werden. Benteke, drei Tore geschossen. Vielleicht jetzt hier noch eine. Oh, sehr schön. Was für ein Festival, ey. Ich bin nicht daran beteiligt. Ich möchte auch noch was schießen, ey. Komm ich auch noch rein? Ja, okay. Oh, Benteke, was hast du gesoffen? Was ist da los? Okay, jetzt gucke ich hier, dass ich nicht im Abseits stehe. Also es ging ja auch ohne mich. Also von daher müssten sie ja ganz gut eigentlich spielen können. Mal gucken, wie das gleich aussieht. Soll ich mich hier nur richtig hinstellen? Hier, hallo? Hier. Ja, also wenn ich anfordere, klappt nichts. Dann sage ich, hier, mach mal. Dann schießen sie einfach gerade Linie durch die Gegend. Hauptsache irgendwie zu mir hin. Ohne Sinn und ohne Verstand. Weder hoch, noch tief, noch flach, noch breit. Und einfach nur doof. Einfach nur doof, wenn ich auf dem Feld bin. Dann ist die KI plötzlich aus. Also, da bin ich ja nicht mehr in der Nähe. Wie kommt der da rauf? Ich verstehe das echt nicht. Da bin ich ja absolut nicht in der Nähe. Da kann ich ja nicht mit Lichtgeschwindigkeit mal hinkommen. Schade. Also, er hätte den schön spielen können. Schön locker, flockig. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Da verstehe ich wahrscheinlich jetzt hier wieder eine 5,5 oder sowas kriegen, weil ich ja hier schlecht spiele. Weil ich ja nur zehn Minuten drinnen war und dann nicht den Ball spielen konnte. Oh, okay. Ball nach vorne. So, wir holen uns das Ding. Ich darf hier nicht zu viel rumlaufen. Schlecht für die Note. Also, nicht auf falscher Position und so. Auch daneben. Sehr gut. Ich stehe jetzt hier und singe. Kommen Sie von nah und fern. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Komm, auch du, greif zu. Sehr schön. Und jetzt aber umfasst Nummer 6. Ja. Wenn ich dran beteiligt bin, dann kann er plötzlich nichts mehr. Schaut's euch an. Plötzlich ist er doof wie Brot. Keine Ahnung. Das ist doch Mist, ey. Da will ich was vorbereiten für die Note. Weiß nicht, wie man da 240 Sekunden Nachspielzeit geben kann, wenn es 5.0 steht. Aber vielleicht waren ja so viele Sachen da im Aus. Bla, bla, bla. Blödsinn. Aber okay. Jetzt hier die Ecke. Ich stelle schon mal hier hin. Wenn wir das Ding drin oder nicht. Okay. Oh, schade. Okay, vorbei. Vorbei, vorbei. Viel getan habe ich hierfür nicht. Ich kriege wahrscheinlich nur eine 5,0. Wenn überhaupt. 5,5. Wow. Aber was willst du da machen, ne? Die haben schon alles geklärt, als ich nicht da war. Aber wir sind weiterhin damit auf Platz 1. 45 Punkte. Das ist sau stark. Sehr schön. Und ich habe mich verbessert auf 72. Super duper. Sehr schön. Also wir arbeiten langsam uns voran. Fußballer des Jahres aus Asienvergabe. Olivert. Okay. Gut. Trainervertrauen. Registrierte Mannschaft. Okay. Sehen wir irgendwas Besonderes? Ich jetzt nicht. Durchschnittsbewertung. 6,8. Gespielte Spiele. 13. Gut. Wird weiter vorgespult. Und nächstes Match gegen Southampton. Bin ich da aufgestellt oder nicht? Teil der Startaufstellung. Okay. Sehr cool. Ja, da muss ich mal gucken. Behandlung, da haben wir nix. Mein Training. Da mache ich erstmal so weiter. Passend, äh, schießen und dribbeln. Und Geschwindigkeit. Diese mehr. Obwohl, Geschwindigkeit brauche ich jetzt nicht so sehr. Obwohl, ja. Ach komm. Kann nicht schaden. Immer mehr Geschwindigkeit zu haben. Und Karrierestatus. Das ist alles in Ordnung. 13 Spiele gespielt. 11 Tore. Kann man auch mitleben, ne? Für die erste Saison. Ah, dadadam. Was haben wir sonst hier noch? Ne, da haben wir nix. Gibt es noch irgendwas, was ich euch zeigen muss, möchte? Datenbank. Wettbewerbsinformationen. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Club-Weltmeisterschaft. Champions League. Aha. Bei München, okay. Was gibt es denn noch? Wir sind ja in England. Da sehen wir aber nur die Clubs. Witzerschön. Community Shield. Okay. Gut, dann sage ich einfach erstmal danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.